Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Singularity nach einem Tag Pause, weil wir beim letzten Mal überzogen haben. Wir haben beim letzten Mal allerdings viel erreicht. Wir haben das ZMG bekommen, das Zeitmanipulationsgerät, womit wir Zeit bei Sachen, die mit I-19 in Verbindung kamen, vor uns zurückdrehen können. Wir haben das erste Mal Kryotanks gegen diese blauen Teleportviecher eingesetzt und ja, wir sind jetzt mal wieder in 1955 durch einen Zeiterriss gekommen, diesmal kontrolliert und müssen Dr. Varysov retten, bevor er von Dr. Dimenshev getötet wird. Das ZMG ist dieser nette Handschuh, den wir hier gerade in dem Ladebildschirm sehen. Und ja, ich hoffe, wir können Dr. Varysov retten. Das gesamte Personal sofort evakuiert. Retten Sie doch der Varysov. Wir wissen hier, haben ja auch was Neues bekommen wegen dem Ping, äh, wegen dem Chrono-Ping. Können wir den Endnachladen? Ja. Das war ein P, ne? Was? Ja, ich weiß schon, wer ohne Genehmigung hier ist, wird schanzgemäß erschossen, aber wir erschießen selber. Was war denn der Chrono-Ping? Mit F. Das sind so blaue Fußspuren, die man hier total gut sieht. Wird schwer bestraft, ne? Man sieht hier schon, meinten das nicht auf Spaß. Meine Maus geht übrigens wieder, die war ja beim letzten Park ein bisschen Schrott. Das Silberpäckchen. Ach, äh, geht ja schon gut los. Ja, dann nehme ich aber die hier. Wie? Ach, wir können hier nichts machen. Das ist ja toll. Ah, hier sehen wir die Fußspuren. Wir müssen da hoch. Geht ja gut los, wenn da draußen schon Soldaten sind. Ja, ich sehe mich hier kurz oben nicht. Wir dürfen halt nicht vergessen, dass hier unten, ja, hier ist glaube ich, kommen wir nirgendwo hin. Aha, interessante Forschungen wieder hier. Können wir die wirklich von hier aus nicht angreifen? Die kriegen wir uns doch gar nicht mit. Interessant. Jetzt habe ich natürlich Schüsse verballert. Aber hier können wir mit der Zeit... Was? Wieso können wir den Save nicht verändern? Wieso nicht? Das ist ja nervig. Ich dachte, wir können alles verändern, was mit E019 rumkommen ist. Ach, muss ich wirklich da rausgehen? Scheinbar. Wieso kann ich den nicht von hier drinnen erschießen? E019 Energiezellen. Das ist dasselbe wie Heiltränke. Da haben wir jetzt eine, nur für das E019. Also für das ZDMG. Auch ein netter Kreis hier. Na toll, ich wollte die eigentlich... Ich glaube, ich probiere das gerne mal mit dem ZDMG. Ah, das sieht richtig schön aus. Du lebst noch. Jetzt lebst du nicht mehr. So. Jetzt würde ich gerne runtergehen und wir das Headpack holen. Eins benutzen wir, damit wir es hier unten holen können. Also jetzt gerade hier haben wir das ZDMG mal gegen einen Menschen verwendet und der ist sehr, sehr schnell zu Staub zerfallen. Das sah sehr schön aus. Kosta hat einiges an ZDMG Energie, aber die baut sich ja von selber wieder auf. So, hier haben wir jetzt eine gekillt. Wir haben halt jetzt leider nicht mehr viel Schuss in der... in der Knarre. ...ist hier noch ein... muhrt hier noch ein Hund? Ja, der wollte muhren. Ich habe ihn ganz genau muhren gesehen. Habt ihr... ...Valkyris? Ist ja toll hingefallen. Ja, da war Munition. Schade nur einmal. Ich räume überhaupt keinen Bereich. Ich habe eine Mission zu erfüllen. Ja. Ganz doof sich von mir von vorne zu nähern. Denkst du dein Schild schützt dich? Denkst du aber falsch. Ah, wir haben fast keinen Schuss mehr in der... Wir haben leider fast keinen Schuss mehr. Oh, Jungs! Keine Munition mehr. So, da habe ich jetzt nochmal gemacht, weil das war für die Schrot leider zu weit weg. So, ich hätte gerne Valkyrie Munition. Du hast welche, du hast welche. Wir schauen hier gleich rein, aber erst will ich Munition einsammeln. Zenturium Munition. Zenturium Munition. Valkyrie. Valkyrie. Wir haben halt jetzt ziemlich die Valkyrie Munition verschwendet. Aber die Herren versorgen uns ja. Vorher hat er ein Schild. Vorher kamen wir ja auch einmal. Interessant auch, dass die Forscher irgendwie so ein komisches Ding auch noch haben. Normal natürlich nicht. So, äh... Bei Valkyrie nachladen. Bleib aber mal auf der Schrot. Die Valkyrie sind frei, deswegen habe ich nicht verwendet. Die 190. Was können wir denn hier machen? Aha. Eindrucksvoll. Ein Kasten geht, äh... Auf und wieder ab. Das waren wohl die Ursprungstests hier. Hier ist auch wieder eine Notiz. Mehrere Notizen. Aha, das kann jeder erkennen hier. Äh, was? Äh... Irgendwas vor E99 Metall hätte... Hm. Das war ich jetzt nicht lesen. Dr. Victor Barisoft. E99 ist sogar noch mächtiger, als ich es mir hätte vorstellen können. Heute gab es einen Unfall. Der Prototyp eines ZMG ist explodiert. Die Strahlung tötete drei meiner Assistenten. Aber dadurch darf ich nicht aufhalten lassen. Meine Arbeit ist zu wichtig. Die gesamte Menschheit wird davon profitieren. Wenn ich aber auch recht bin. Oh ja, bestimmt Barisoft. Bestimmt profitiert davon die ganze Menschheit. Wir merken schon. Es ist 1955. Heutzutage, wenn er leben würde, würde er nicht mehr so denken. Nehme ich an... D99. Was passiert hier? Ein DNU rum passiert was. Die drehen sich ganz schnell. Und der Raum zerfällt. Und der Raum zerfällt. Okay. Können wir aber hier nicht mehr zurückdrehen. Ja gut. Ist egal. Da müssen wir nicht rein. Noch irgendwas hier. Aha. Lautomatomatische Formel. Ich halte mich als der Profi. Ich halte mich natürlich. Aber ihr sollt ja auch ein bisschen nachdenken. Nicht. Hm. Was ist denn? November 1955. Ah ja. Wir haben also November. Gut zu wissen. Äh. Versucht mich auch schwer zu bestrafen. Ähm. Hier haben wir. Äh. Äh. Element 99. Und die anderen Elemente. Die, äh. Die Tabelle. E99 ist hier unten. Und hier immer ganz schön still sein daran. Erinner uns dieses Poster hier. Okay. E99. Ich brummle gerade ein bisschen. Ja. Ich will nicht auf einen Damage-Chef treffen. Wo geht sie denn hin? Ivan Kutschin. Piotr Matinsky. H. 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 Klingt doch gut. Dafür haben wir die Singularität nicht geschaffen. Ich wollte nett sein und Sie teilhaben lassen. Machen Sie keinen Fehler. Du machst einen Fehler. Und tschüss, Demichef. Ziel erfüllt. Ja, der Demichef wollte gerade den Barysok erpressen, aber der Barysok wollte nicht mitmachen. Ich wollte jetzt verhindern, dass er ihn erschießt, deswegen hat er jetzt gerade zwei Schritte für den Treffer abbekommen. Aber ich weiß nicht, er ist in Wenzel untergefallen. Das ZMG, wie, Sie haben mein Leben gerettet. Ja. Sie tragen das ZMG und eine amerikanische Uniform. Irgendwas muss furchtbar falsch gelaufen sein. Mir nach, ich brauche meine Aufzeichnung. Demichefsmanager. Demichefsmanager dürfen gleich mal sterben. Oh, eine Granate, du Bastard. Und ganz dringend Helm. Der wollte eine Granate schmeißen. Ja, toll, Barysok, wie du vorläufst. Ich nehme hier erstmal mit. Das ist ja super. Der hat also auch die Devlin-Krankheit. Ich frage mich, ich weiß nicht, ob der mit Chef tot ist. Der ist hier aus dem Fenster gefallen. Aber wir sehen seine Leiche nicht. Don't know, ob der tot ist. Hier noch irgendwas drin. Erste Hilfe-Päckchen. Benutze ich noch nicht. Aber da haben wir wieder 5 jetzt von... Und toll, wie Barysok vorgelaufen ist, weil er sehr zivilistisch... Okay, ich bleibe jetzt noch mal, dass ich auf der Schotplinte... Ja, leg dich hin. Hat er die Augen offen? Der hat dann Granate geworfen, die hat uns auch so viel Schaden gemacht. ZMG-Energiezelle. Ihre E99-Energie fühlt sich wieder auf. Doch sie können ZMG-Energiezellen... Wahrscheinlich benutzen, um diesen Vorgang zu beschleunigen. Die Zellen werden automatisch eingesetzt, wenn sie über keine E99-Energie... ...mehr verfügen. Aber versuchen, der ZMG zu benutzen. Worauf wartest du denn, Barysok? Inhalt wird gespeichert. Gucken wir kurz. Wir haben noch Zeit. Ach, hier können wir jetzt den Staub altern lassen. Ja, kann ich, aber ich nehme hier erst mal alles mit. Energiezellen, Munitionen... E99. Das erste Hilfe-Pack nehmen wir mit. Zumindest eines. Das zweite im Moment noch nicht. Okay, ja, lassen wir mal altern. Zack! Und zack! Dieses Altern ist der Hammer. Beide tot. Beide zerfallen zu Staub. Staub zu Staub. Ich wusste, Demitschef würde zornig sein, als ich mich weigerte, an der Singularität zu arbeiten. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er zu sowas fähig ist. Tja, Demitschef ist nach allem möglichen fähig, mein Lieber. Ich hole meine Aufzeichnungen. Ja, hol die mal. Ach, das ist der Sech, den wir nicht öffnen konnten. Wie praktisch. Verdammt! Geht nicht auf! Das ZMG manipuliert den Alterungsprozess von Objekten. Es macht sie, ich kann es nicht besser ausdrücken, älter oder jünger. Sogar ein Safe kann mit der Zeit verrotten. Uns geht die Zeit aus. Bitte, manipulieren Sie den Safe mit dem ZMG. Ach, vorher konnten wir den Safe nicht manipulieren mit dem ZMG. Und auch der Barrier ist auch gemerkt, er hat auch nicht zu uns geguckt. Ich finde das wirklich unnöflich, dass die Leute nicht zu uns gucken, wenn sie mit uns reden. So, wie viel Schuss haben wir denn wieder in der Halkyrie? Haben wir wieder einiges an Schuss? Aber ich will auf der Schutfände bleiben. Die haben wir ja ein bisschen aufgelevelt. Schnell, öffnen Sie den Safe mit dem ZMG. Mit den Waffentechnologien. Oh, jetzt fängt er wie Devlin an. Erst, dass er vorgehend und zweitens, dass er mir ins Wort fällt. Ja, ich öffne schon den Safe. Zack. Tolle Aufzeichnungen übrigens. Was ist das denn Feines? Da, nehmen Sie. Das ist ein Prototyp einer E-99-Waffe. Sie kann instabil sein. Aber sie kann das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Eine Seeker. Tolle Aufzeichnungen übrigens. Hast du keine Angst, dass ich die Seeker einfach gegen dich einsetze? Ich kenne es ja manchmal wieder zu. Wir wollen ja alles ordnungsgemäß halten. Warum wusste eigentlich der Baris auf seinen eigenen Code nicht? Die Seeker drücken und halten Sie Maus 2, um das geladene E-99-Vorpitel zu steuern. Okay. Klingt ja schön. Dieses Gewehr verheuert mit E-99 aufgeladenem Munition, durch die die Zeit sich verstiebt und schützen erlaubt, das Geschutz zu steuern. Die sieht auf jeden Fall nice aus. Eskortieren Sie Baris aus dem Labor. Oh, das ist ja cool. Das ist ja mal cool mit dem Steuern. So, jetzt können wir die düchten Raum steuern. Ach, das sei ja super geklappt. Heilen. Oh, wo ist denn die Seeker hin? Ja, irgendwie klappt es mit dem Steuern nicht. Irgendwie klappt es mit dem Steuern nicht. Ich gehe auf die normale MG. Boah, sind das viele. Habe da aber viel Spaß, ne? Ich bin auch wieder ein Meisterschutzzeug des Vefilens. Heilen. Dann nur noch zwei Heilmittel. Ja, irgendwie das mit der Seeker, das klappt irgendwie nicht ganz. Ich glaube, das muss ich üben. Das sind ja immer noch Leute. Den einen habe ich jetzt mal gealtert. Wo sind die denn alle? Wo seid ihr denn, Arschgesichter? Da habe ich doch gerade einen gesehen, irgendwo. Na? Da liegt ein Healt. Hey. Aber die geben aber auch nicht auf. Da kommt auch neue. Heilen. Nur noch ein Healtback. Man merkt das vielleicht. Ich bin kein Counter-Striker. Äh, kein Counter-Striker. Wir haben keine Heilmittel mehr. Jetzt wird es gefährlich. Boah, geht die Maus der Sonne. Ach, Schusswind-Munitionen haben wir natürlich voll. Da kam wieder eine Granate. War das jetzt alle, ja? Ach, Barisov rennt wieder vor, Francis. Die Seeker lasse ich mal hier. Irgendwie hat er mich vorher nicht so erfreut. Das war irgendwann irgendwie Munition. Barisov ist wieder vorgelaufen. Ich hätte jetzt ganz gerne wieder Health-Packs. Hinten war da noch ein Health-Pack, glaube ich. Ja, den Barisov passiert erscheinbar nicht. Wo war denn das Health-Pack? Ich weiß, dass er noch soll. Ach, toll. Schließende Tür natürlich. Wir haben nämlich keine Health-Packs im Moment. Obwohl, ich nehme die Seeker trotzdem doch nochmal mit. Ja, die Seeker können bei der dritte Waffe mitnehmen. Irgendwie, ach, mit der Maus kann man die bewegen. Ja, das muss man wissen. Ja, toll. Das mit der Maus bewegen ist ja mal kacke. Peng. Ja, eigentlich ist die Seeker schon ziemlich cool. Aber es ist ja, der Maus bewegen ist ziemlich kacke. Das wusste ich nicht. Wir haben halt gerade keine Heilung. Ich hätte jetzt sehr gerne... Okay, Munition ist voll. Ein Health-Pack. Cool. Heilen. Bitte noch weitere Health-Packs. Vor allem hatten wir dauernd volle Health-Packs. Und jetzt irgendwie gar nicht. Also die Seeker ist schon ganz cool. Aber ich wusste nicht, dass man die mit der Maus steuern muss. Die Rakete... Irgendwas hier unten. Valkyro-Munition. Ja, bevor ich da jetzt reingehe. Hauwala. Aggressionen gegenüber... Testen. Das Schießen hier macht mich auch gerade etwas nervös. Merkt man vielleicht. Was ist hier drin? E919 und Health-Pack. Sehr schön. Und Energiezellen. Und Energiezellen für das ZMG. Die mag ich auch gerne. Obwohl wir die bisher noch nicht gebraucht haben. Aber das Altern lassen ist sehr schön. Das Altern ist... Der Effekt sieht schon schön aus. Für die Gegner. Also für uns nicht. Aber für die Gegner schon. Aber er ist sehr praktisch. Ja gut. Wir müssen können nur hier rein. Jetzt wissen wir ja, wie die Seeker funktioniert. Und Speicherpunkt. Wie lange haben wir noch? Noch 10 Minuten. Das heißt, ich werde noch einen Speicherpunkt spielen. Ich würde halt gerne wieder zurückkehren in meine Zeitlinie. Ach. Nah hinter dem. Welchen musst du echt üben mit der Seeker? Ach Mist. Den wollte ich gerade altern lassen. Na? Haben wir ihn getroffen? Ich glaube. Oh. Feuer. Da lebt aber noch einer. Der ist gerade dran angelaufen. Ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, die Seeker ist irgendwie... Der Rückkehrweg ist wieder versperrt. Ich habe noch drei Kugeln. Der Seeker. Seeker-Mosition. Okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr. Ich frage mich, ob wir getroffen werden können, während wir die Kugel steuern. Pfeilen. Jetzt haben wir wieder noch ein Help Pack. Aber der Seeker tut auf jeden Fall immer One-Hitten. Das ist sehr schön. Volle Munition. Seeker-Munition zählt anscheinend nicht. Ich glaube, der ist halt eher eine Waffe für spezielle Zwecke. Boah, ihr seid ja immer noch hier. Headshots. Nachladen. Hängen. 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 Der Seeker ist wirklich nett. Man muss nur mit ihm umgehen können. Ich übe das halt gerade. Ich übe ganz bewusst. Wo sind die denn alle? Wie viele Russen sind hier denn noch? Gehen Vodka trinken. Lasst mich in Ruhe. Headpack. Da habe ich noch ein paar Schüsse gesehen. Au, au, au. Hier ist E99. Ich bleibe erstmal in dem Gang. In dem Gang ist nichts mehr. Da taugt sich doch ein Genosse. Und der hat gerade eine Granate geworfen auch gehabt. Da ist noch einer. Bang. Ja, jetzt macht der Seeker richtig Spaß. Das hier so Munition brauchen wir nicht. Den habe ich jetzt mal wieder altern lassen. Das Altern lassen macht auch sehr Spaß. Na, mutt jetzt hier noch jemand. Langsam mit der Nase voll von denen hier. Ja, die Seeker ist eine dritte Waffe. Aber manchmal können wir... Ja, Barisov läuft wieder vor. Manchmal können wir auch eine dritte Waffe nehmen. Wollte ich sagen. Aber das ist halt nur manchmal. Meistens sind es nur zwei. Was kann man denn hier machen? Sieht ein bisschen aus wie ein Cube by Gravitas. Schwebt in der Luft. Und geht wieder runter. Sonst noch was hier. Hier haben wir E90. Hier haben wir einen Film. Den schauen wir gleich. Die sehen auch schall sicher aus. Ach, und die Texturen sind hier wieder toll. Was machen die dann hier? Ach, die schweben auch in der Luft. Und... Machen fällt der. Okay, ich dachte, das ist ein Bomben. Gut, ja, dann haben wir hier ein Filmarchiv. Das schauen wir gleich. Obwohl, schauen wir jetzt schnell. Das ist ein Filmarchiv. Das hatten wir auch vom letzten Pfad. Ich hoffe, wir schaffen es halt jetzt noch rechtzeitig. Wir hatten halt noch zehn Minuten. Deswegen, mal gucken, was diesmal kommt. Research Installation, äh... Im Projekt 6265, der Deadlock. Es folgt eine Demonstration der praktischen Anwendung meines Durchbruchs bei der Kontrolle der temporalen Störungen durch E99. Der Blockierer ist ein Gerät, das bei Aktivierung die Zeit im Umkreis einfriert. Der Effekt ist zeitlich begrenzt. Und er kann durch gravimetrische Energie deaktiviert werden. Man kann ihn einfach durch erneuten Einsatz reaktivieren. Das Zeitstörungsfeld bildet auch einen sehr nützlichen Schild. Ich bin sicher, dass wir durch meine Forschung nächstes Jahr eine Waffe haben, die alles, was der Westen hat, bei weitem übertrifft. Und dann kann der Eroberungszug des Kommunismus beginnen. Für die Sowjetunion! Ja, denk das mal, Barisov. Wir haben nämlich jetzt das ZMG. Der Blockierer, ein Bild, was die Zeit einfrieren kann. Das sind diese Kügelchen hier. Aber ich glaube, das klingt auch das ZMG. Die anderen gibt es vom Dr. Viktor Barisov. Faszinierend, die Entdeckung des E99er von sogar mehr Möglichkeiten, als selbst ich zu Anfang angenommen habe. Wir haben es geschafft, sein Potenzial in einem Gerät nutzbar zu machen, das Dr. Gemichev einem Blockierer nennt. Mit ihm lässt sich ein Feld generieren, das der Zeit selbst verlangsamt. Einfach faszinierend. Hat er ja gerade gesagt. Die sind eigentlich die Texturen hier so scheiße. Dann war er irgendwie besser. Okay, hier haben wir, glaube ich, alles. Das heißt, wir gehen wieder nach... Hier vorne war ja auch nichts mehr, ne? Nein, nein, das ist nur der Zwischenraum hier. Das heißt, wir gehen wieder nach hier vorne. Der Barisov könnte vielleicht uns mit dem E99er helfen. Der müsste sich da damit auskennen. Hier geht es noch irgendwo hin. Eine Waffentechnologie. Her damit. Sonst ist hier aber nichts. Hier ist ja der Barisov vorher lang gelaufen. Weitere Baupläne. Da hinten steht er. Und wartet. Ganz fleißig. Hier vorne sehe ich auch noch was. Was wir bestimmt haben wollen. Woher müssen wir denn laut den Fußspuren? Hier lang. Dann gehe ich jetzt mal hier rein. E99 Technologie. Und E99 Technologie und ein Erste-Hilfe-Bäckchen. Das wollen wir alles haben. Ist diese Texturen denn gerade so kacke? Und mehr ist hier nicht. Okay. Da liegt noch Munition. Die haben wir aber voll. Er ist übrigens auch ganz cool gestorben hier. Ganz cool und lässig. G99. G99. Barisov hat die Tür geöffnet. Inhalt wird gespeichert. Ich glaube wir haben die jetzt 10 Minuten rum. Ja. Wir haben nur noch 2 Minuten. Das heißt wir hören jetzt auf. Wir müssen also Dr. Barisov noch fertig eskortieren. Aber das Gute ist, dass wir jetzt wissen wie die Seeker funktioniert. Das wusste ich halt vorher nicht. Und dass wir jetzt mal ein paar Soldaten haben altern lassen. Aber es war schwer. Wir hatten ja zwischendurch wirklich gar keine Verbandskästen mehr. Gar keine Midi-Packs. Und sehr wenig Leben. Also es war jetzt schon nicht ungefährlich. Die sind schon ziemlich stark. Aber schön, dass wir eine Waffe-Technologie bekommen haben und so. Und ja, beim nächsten Mal kommen wir vielleicht wieder nach 2010 zurück. Wir sind halt jetzt immer noch in dem Zeitriss drin. Und mal gucken was Barisov dann sagt. Er hat ja schon gesagt. Irgendwas ist schief gelaufen. Weil ein Amerikaner das ZMG hat. Weil man hat ja gerade eben schon gemerkt. Er ist halt auch von Leib und Seele Russ. Er mochte den Westen eigentlich nicht. Aber uns mag er schon. Weil wir halt sein Leben gerettet haben. Deswegen mal gucken wie das weitergeht. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und heute noch, wenn ihr wollt, zu der Herder immer online. Obst, kurz ist schon auf YouTube. Und bis zum nächsten Mal, Freunde. Gehabt euch wohl.